Hallo und moin moin Ja, wir werden jetzt erstmal wieder nach Gregorin zurück gehen und Bescheid geben Okay, komm, wir gehen weiter Kommst du mit? Was ist denn hergekommen? Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen Nee, komm, wir gehen weiter Hopp so Hier ist komm, wir sehen, wir sehen, wir sehen Ja, da könnten wir doch vielleicht noch ein bisschen was machen. Du bist erschossen worden. Jetzt sehe ich das eigentlich mal, dass da jemand ist. Bisher war da immer niemand, die ist erschossen worden oder einfach gestorben. Ja, bei Press muss man, glaube ich, ziemlich aufpassen, was man macht. Das akzeptiert er, glaube ich, noch. Also, so Schlösser eröffnen. Wie jemand erschützt Leute, die einem nichts getan haben. Mensch, was ist denn das für Schrott? War doch richtig. Oh. Ich meine auch nicht. Ich bin zu weit, glaube ich. Ja. Cool. Was ist denn da drüber? Oh, Dünger, die nicht mehr mit. Hm. Nee, komm, das ist nichts mehr. Die Frau ist tot. Dann gehört uns das. Kommst du? Ich glaube, du kannst hier auch gleich quer gehen. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Habt ihr gefunden? Ja, schieß mal. Ich glaube, das waren alle. Weiß ich nicht, ob da nicht noch einer kommt. Wo, wo, wo. Guck, was ich hier rechtzeitig entdeckt habe. War das der mit der Bombe? Was ist denn der mit der Bombe? Da ist doch keiner mehr. Da fehlt doch einer. Ach, der ist pulverisiert. Oh Gott. Jo, die Bombe. Komm, wir gehen hier hoch. Da ist der mit der Bombe. Wie ich da? Ja, ich bin hier. Ich bin hier im Kopf. Ich bin hier im Kopf. noch einer dabei habe ich dir wieder pulverisiert okay kommt weiter sie gleich da ja man muss doch rechtzeitig geladen hat die durchaus ja auch erfolg wo ist eigentlich die frau blieb ist jetzt hier ja ist ja da super nö doch da ich weiß nicht wie ich dir für diese rettungsaktion danken soll denkt immer daran dass alles ist nur wegen der minute man möglich das wissen wir deshalb haben wir auch entschieden uns den minute man anzuschließen du kannst auf unsere hilfe zählen wenn du sie brauchst ich wollte mich noch mal dafür bedanken dass du mich gerettet hast ja gar nicht ich dir nie vergessen das ist doch schön danke danke gerne gemacht gerne aber scheint wirklich was zu werden brauchen wir dürfen 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 ihr braucht als erstes schutz alles andere ist okay aber schutz müssen sie haben müssen schutz aufbauen kommen wir stellen stellen noch ein paar von den maschinengewehren einfach hierhin wir können wir eh momentlich viel bauen maschinengewehre genau ach wir haben noch keine dinge eingelegt genau wir müssen also den schrott ablegt warte 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 erst noch den ganzen schrott da rein so und dann machen wir noch die ladung zählen so genau oder noch mal daran das heißt die dinger wieder schippen wahrscheinlich ne samtchen tatus haben die schön die nehmen wir mit ich könnte noch ein wässerchen gebrauchen und weiß nicht schippen ja die heißt bei uns jetzt schippen ja ich habe die deutsche ding sich installiert was wir jetzt auch erst mal und haben wir noch was zum kochen was baust du da ich brauche ich ich will nur gucken ob ich noch was kochen kann aber ich kann doch was kochen guck mal geröstet ja ist doch super aber noch was ja prima wirklich sieht doch doof aus mit diesen rädern toll ok wir wollten waffen aufstellen und zwar stellen wir mal hier so eine reihe hin hier noch und hier auch dann müssen wir hier noch mal die ein oder zwei da oben auch noch stehen wir in der luft ne gut so wird gedreht so und das ist mir ja die beiden mädels hier in ruhe ihr böse jungs so hier machen wir auch noch zur sicherheit ein paar so drei stück könnten schon ganz gut helfen ne naja gut eine vierte stellen wir mal hier so zwischen ok 152 schutz ist doch schon mal gar nicht schlecht das tor ist zu passiert durch nein das lasst ihr mal hoffentlich auch zu ja es ist nicht mehr sehr groß das ist die standardgröße ich habe ja kein bild heim mehr ne aber es ist egal wir machen trotzdem die bäume noch mal weg wenn man noch ein bisschen kann ja sogar die weg nehmen cool können wir später hier noch zäune machen und da kann man das auch schön bebauen wasser haben die ne wasser ist drei vielleicht machen wir einfach noch zwei drei dazu guck mal ich möchte die mit den eimern haben die können doch eigentlich auch gut hier drunter stehen halt so rum ne ok 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 ich glaube das reicht und gucken wie wir ausserweg grinsen sie was wir holig kuchen fett ja sehr schön was haben wir denn noch zu erledigen ich muss mit presse noch mal quaken der hat bestimmt wieder eine neue aufgabe vorwärts ok was soll ich tun was jetzt wir sind so groß geworden dass es schwierig ist die kommunikation mit allen siedlungen aufrecht zu ja ja die burg das ist ein schönes problem und ich habe auch gleich eine lösung dafür ich glaube es ist an der zeit die burg zurück zu erobern sie war früher das hauptquartier der minutemen lange vor meiner zeit gut befestigt zentral gelegen und was am wichtigsten ist mit einer starken funkanlage ausgestattet mit der wir das gesamte kamen was erreichen ok ok ja wir sagen ja an als wäre es genau das was wir brauchen ich dachte mir dass dir die idee gefällt soll ich einen stoßtrupp in die nähe der burg beordern ja mach das mal ich komme trotzdem nicht mit machen wir das wir werden etwas die gegend erkunden und vor der burg auf dich warten wir sehen uns da jo es kommt was mache ich so lange so was mache ich so lange soll ich wieder zurücklaufen oder ich muss den hund nochmal finden wo ist denn eigentlich mein hund ich glaube ich gehe erst einmal nach 10 pines bluff aber den beiden weg jetzt laufen ist auch doof ne oder laufe ich den weg nochmal ich klaufe den weg wir können ja später wieder zurückspringen ach wir springen dahin das ist mir zu viel gelaufen das muss ich jetzt nicht haben feine es war gut dass ich das versucht habe warum der ist ja gar nicht zurückzukriegen meine güle den habe ich wohl nicht vorher getroffen wo sind die anderen sind doch nie alleine der hat so umgehauen den hund aber wir haben ihn nicht tot gekriegt dabei einer e der der nein wenn ich jetzt krägern mache dann müssen wir da diese wasserdings auch noch machen ich will nicht so viel auf einmal haben das ist genauso gefährlich wie die burg wir haben gar keine rüstung der wir haben keine vollständige rüstung ich werde diesmal ohne rüstung kämpfen müssen also ich wollte so springen weit sind wir jetzt gelaufen doch das können auch weiterlaufen ich könnte aber mal einen wegpunkt setzen was soll der hund sein ich glaube hier waren auch es scheint tot zu sein er ist jetzt auch ich würde mich jetzt erschrocken da ist irgendwo ein radio ich muss hier weg ich werde jetzt krank nein das hat aber auch wirkung verdufte lieber das stimmt ja geht das alles weg okay Okay. Wo ist der dritte Hund? Ich hab den nicht getroffen. Doch. Ah, wir haben hier noch eine Rüstung. Wo komm ich denn da ran? Das war verbessert, da komm ich nicht ran. Schade. Wo müssen wir denn eigentlich lang? Da müssen wir doch nicht lang. Da müssen wir lang. Oh. Abwasserkanal. Wo geht der hin? Weiß ich im Moment nicht, wo der hingeht. Ich hab schon wieder den Pfad verloren. Oh, das müssen wir eh irgendwann machen. Ah, das müssen wir eh irgendwann machen. Ah. Ah, hab doch genau reingerannt. Wow. Ich glaub du warst die Mutter, ne? Ne, die soll wirklich. Puh. Wurde ich ja eigentlich nur durchlaufen. Wurde ich ja gar nicht kämpfen. Das holen wir uns später. Irgendwann kriegen wir die Aufgabe. Oh, Moment. So. Das hast du jetzt einfach, du blöde Flieger. Na, jetzt schon? Äh, jetzt noch nicht. Entdeckt? Seltsam. Sie müssen jetzt werben. Ja. Äh, 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 äh. Äh, äh. Institut. Greifen wir nämlich doch tatsächlich an hier. Also aus heiterem Himmel kommt das Institut. Tja. Versteckt hinter den Büschen. Oh, stimmt. Ja, wir haben doch eine Laserwaffe. Mensch, an die hab ich ja gar nicht mehr gedacht. Was ist denn mit der? Das ist ne. Die hat 24 Schaden und 71 Präzision. Äh. Raketen werden wir auch mal nicht gemacht. Den rüste ich jetzt gleich mal aus. Was haben wir da hinten? Die Lichtleuchtpistole. Was ist das? Molotow. Die Leuchtpistole mach ich mal hier hin. Ne. Die kommt da hin. Und die Leuchtpistole mach ich hier hin. Und die Molotows kommt dort hin. So. Dann haben wir jetzt nämlich auch Raketen werden. Wir haben aber noch keine Raketen. Und wo ist jetzt die Laserpistole? Die Institutspistole hat ja noch weniger. 15 und 70. Die Laserpistole. Die Laserpistole. Ja, nehmen wir die. So. Die Medi-Gun können wir sowieso im Moment nicht einsetzen. Weil wir gar keine Munition gemacht haben. Haben wir vergessen. Irgendwann mal. 5. Ah, den Karton habe ich immerhin schon getroffen. Mann, ich stehe da vor. Das fällt nicht um. Ach, das war ein Schild. Hehe. Okay. Wir müssen nach dort. Oh oh. Ich glaube, ich werde die mal nehmen. Ah, wo sind die Fliegen? Oh, Schlammboden. Noch eine? Oh cool. Noch 3. Da haben wir schon 6 Schlammboden oder so. Ich möchte nur wissen, wo ich für den Hund gelassen habe. Habe ich doch nicht nach Hause geschickt, oder? Schlammboden? Schlammboden? Nein, keine Schlammboden. Und wo bist du? Oh, sei denn mit dem Hund angestellt? Hm. Scheint wirklich was zu werden. Verstehe ich absolut nicht. Hm. Na gut. Dann gehen wir nach Hause. Ein bisschen Wasser trinken kann ich schaden. Ich habe eine Idee. Wir könnten den Hund suchen. Wir müssen doch nur dieses Gerät anschließen. Das Einzige, was wir noch nicht machen können, ne? Moment, keinen Strom brauchen wir. Ich brauche den kleinen. So. Ich brauche doch den Hund finden können. Wir suchen mal Inhalt über die Web-Suche. Oh, Companions. Zeige Dogmeat, Zeige Preston. Ne, Dogmeat will ich sehen. Oh, was hier am Most Wanted. Ja, ja. Ich will sehen, wo der ist. Okay, jetzt muss ich da, glaube ich, raus auf die Karte gucken. Äh. Der ist schon da. Ich glaube es nicht. Da ist doch Miet. Was macht der denn? Ach, der ist da oben. Da können wir ja lange suchen. Gut, dann gehen wir jetzt noch schnell nach. Sektuary. Nach Red Rocket. Und ich schalte aber mal. Pressen erstmal wieder aus. So. Ja, ich kann aber leider nicht einzeln abschalten, oder doch? Ne. Moment, das muss ich hier drin machen. Web-Suche. Äh. Den verbergen. Und Dogmeat will ich suchen. Okay. Üppi. Wir hauen ab hier. Üppi. Ich krieg noch mal schnell was. So. Letzte Gelegenheit. Jawoll. Alles gut. Hund. Äh. Hund. Da lang. Da muss ich zum Hund. Moment. Ist das die Richtung zum Hund? Nein, das ist nicht die Richtung zum Hund. Das ist die Richtung nach Bresten. Und ich muss nach Westen. Das reimt sich so schön. Oh. Da muss ich lang. Äh. Was ist meine Waffe eigentlich geladen? Die ist nicht geladen. Moment. Ich glaub die andere auch mal wieder auf. Na. Noch einmal kommen wir nach. Da ist Olivia. Müsste das sein. Satellitikstation. Olivia. Guck ob wir dran vorbeikommen. 몽og. Träume. Wir arranten die Häuser in den Kleinen. Bei Blumen ist das nicht vertsamperimenten. Je we birlikte wird durchs Neude vertsamperiment und wie7 wird durchs Neude vertsamperiment. Oh, da sind Hirsche für die Treffer. Jupp, und die nehmen wir mit. Habe ich einen Kern dabei? Ich weiß das gar nicht. Ja, ich habe einen Kern dabei. Cool. Den habe ich rausgenommen, ne? Und wir hatten ja auch einen geklaut. So, war hier noch. Oh, hat der nicht noch einen Helm für mich oder so? Nö. Okay, geht weiter. Das ist ein Humpelgang hier. Oh, warte mal. Was haben wir denn hier? Ja, höh. Öh. Roboter. Dings Bumsgelände, glaube ich. Das lasse ich mal. Der kann hier nicht rein. Ausgezeichnet. Du hast ja speziell in der Körung für deine Bauhausdruck freigeschalten. Na das. Da haben wir auch noch was. Ansonsten wir die Mee. Die brauchen wir hier wohl auch gleich. Wir haben aber keine, warte mal. Wir haben, nee, nochmal raus. Guck mal, was ist denn das hier? Das ist doch eine Waffenbank. Ja, aber es ist nur zuzig. Wir haben keine Raketen. Wir haben keine Raketen, ne? Wir haben zwar einen Raketenwerfer, aber keine Raketen. Scheiße, Raketen haben wir nicht hier da. Ach, die konnten wir gar nicht herstellen. Oh. Ich glaube, wir lassen das Ding hier mal in Ruhe. Ja, du, das ist total später. Der legt uns um. Das bringt leider nichts. Das ist schon Sanctuary. Wo waren wir denn jetzt? Wir wollten doch nach Sanctuary. Ich stehe nicht. Der Hund ist hier. Hier heißt der Dog mit. Und dort, äh. Ach, der ist außerhalb von Sanctuary, ne? Nein, ich will nur die Platzierung umsetzen. Das müsste Sanctuary sein. Okay, now. Da hat hier was geschossen. Zurück, das gehört mir. Ist gut, ich gehe. Oh, ich habe hier nicht erschossen, die zwei. Ja, ich will mal versuchen, Leute nicht zu erschießen, wenn sie mich nicht gerade angreifen. Ist da noch was drin? Nö, oder so. Jetzt sauf ich ihm ab im Fluss. Ich sauf ihm im Fluss ab. Das müsste ja schon Sanctuary sein, ne? Da ist noch eine Runde, bitte. Bist nicht hier drin, oder? Moment. Ich schaute aber alles ruhig zu sein. Ich glaube, wir haben zwei Brahmine, ne? Oder haben wir doch nur eins? Ne, sieht nicht so aus. Nur eins. Eins mit zwei Knöpfe. Fussionskern raus, den behalten wir, die Dinger nehmen wir ab. Was haben wir hier? Du bist vollständig, oder nicht? Du bist vollständig, das ist gut. Dann haben wir auf jeden Fall was für die Burg später. Ja, und da packen wir mal die, äh, und, so, der Rest könnte gleich hier rein. Dann müssen wir mal gucken, dass wir unbedingt ein bisschen die Raketenwerfer machen. Das geht so nicht, das können wir so nicht lassen. So werden wir nie eine Chance haben. Apexo, ganz viel Schrott, weg damit. Was ist denn eigentlich beim Schrott, damit Leichtfackeln, warum ist das denn da jetzt? Äh, ich wollte nur mal nach dem Krieg Vorkriegsgeld gucken. Das ist doch hier bestimmt auch drin. Nö, kein Vorkriegsgeld. Na gut. Ach, du bist ja, ja, Mensch. Hallo. Ich habe ja mal echt gesucht, oh. Ja, was mache ich? Nehme ich dich mit? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Was machen wir denn als nächstes überhaupt? Ja, wir machen als nächstes mal, äh, Doc, mit kann ich jetzt ausschalten, den haben wir. Mechanische Bedrohung. Jetzt schon? Nein, nein, nicht jetzt schon. Das ist wirklich zu früh. Wir müssen erst die Burg machen, wenn überhaupt. Und dazu müssen wir denn aber vielleicht auch ruhig noch mal nach Sanctuary gehen. Äh, Diamond City gehen meine ich. Was haben wir denn noch als... Wir brauchen noch den Waffenfreak und die Wissenschaftler, wir haben immer noch nicht so früh genug. Vielleicht sollten wir ruhig noch... Äh, den könnten wir machen. Äh, den wir brauchen. Äh, den wir brauchen. Wir könnten natürlich auch hier ein bisschen bauen als nächstes. Wie sieht es hier überhaupt aus mit dem Frieden und den Sachen und überhaupt und so? Ach, Leute. Ach, Leute. Ich hätte eine Idee. Wir machen gleich eine Versorgungsroute, bauen aber erst einmal ein Haus um, sodass wir ein Bett dazu machen können. Also, fangen wir mit dem Gras an. Also, fangen wir mit dem Gras an. Jawoll. Die Geschäfte sind ja auch schrecklich vor dem Haus. So was von verludert. Kann ich nicht verwerten. Der Stuhl... Ah, der steht zwar, aber der ist kaputt. Der Kühlschrank ist auch ziemlich rampoliert. Der Stuhl ist auch gut. So. Guck mal, den hier. Ah, wo geht das hin? Was ist da? Ach, da liegt doch ein Stuhl. So. Ach, kann ich auch nur verschrotten. Na Gott, dann nehme ich den raus. Na Gott, dann nehme ich den raus. Den Dreck möchte ich haben. Pine of Leaves. Die kann ich leider nur verwerten. Na gut. Das lassen wir alles. Ich bin schief. Kann ich das gerade stellen? Nö. Auch nur verwerten. Kommt weg. Nehmen wir den raus. So. Kommt weg. Zett. Kritische Treffer bei Waffenloser Nahkampangriff beursachen dauerhaft plus 5 mehr Schaden. Sehr schön. Cool. Dann haben wir noch einen Grockner gefunden. Das. Und den Ständer. Jetzt ist das. Ach so. Eine Flagge. So. Hier ist noch mal so viel Dreck. Den nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Teil of Leaves. Tile Trouble. Ne, das lasse ich. Trockner. Waschmaschine. Kann ich das entfernen ohne das Haus zu entfernen? Jawoll. Das lassen wir liegen. Das nehme ich raus. Das Bad sieht doch eigentlich noch benutzbar aus, oder? Ha. Das lassen wir so. Gut. Die Handtücher vielleicht nicht unbedingt. Aber. Ja. Mensch. Das ist ja noch richtig gut. Ha. Das wird nicht verändert. Nö. Was machen wir mit der Kommode? Könnte ich leider wieder nicht bewegen. Da war noch was drin. Das lasse ich liegen. Das können wir auch in der Ecke lassen. Das lasse ich auch. Das Bad kommt weg. Da ist auch ein Klappstuhl. So. Das verwerten wir. Ah. Ein Hocker. Gut. Kinderbittchen kommt weg. Den Tisch können wir lassen. So. Wir können mit ins Wohnzimmer. Zum Beispiel dorthin. Ja. So. Ja. Gut. Ja. Das können wir nicht wegnehmen. Weil dann. Nehmen wir den. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber. Äh. Ich glaube, dann nehmen wir praktisch den Boden weg. Ah. Sehr schön. Das können wir da oben stellen. Klasse. Da haben wir wirklich so einen Wassertopf. Und die Matte. Die liegt ja auch völlig schief hier. So geht das ja nicht, ne? So. Jetzt müssen wir noch ein Bett aufstellen. Ich würde sagen, wir fangen hier an. Und mache hier ein paar Leute rein. Das ist zwar eigentlich das Kinderzimmer. Aber. Das Kind kommt sowieso nicht wieder. Ups. Das geht nicht. Das packen wir jetzt mal hier hin. Ja. Das ist erstmal ausreichend. Gut. Dann können wir auch noch. Nehmen wir auch noch hier mit rüber. Warte mal. Wo stehen wir denn mal hin? So. Der kann ruhig stehen bleiben. Da kommt auch ein Pitsche hin. Jawoll. Okay. Das reicht, denke ich. Okay. Ja. Das passt doch schon mal. Das sieht aber auch nicht schön aus. Hier mit dem Dreck. Ja. Der Trash kommt weg. Das Rack kommt auch weg. Das Rack kommt auch weg. Das Rack kann auch weg. Und das hier auch. Den Schrank lassen wir. Nein. Auf Gottes Willen. Was ist los? Alles klar bei dir, Boku? Boku? Ich will mal gucken, ob wir die reparieren müssen. Oh ja. Das haben wir aber auf jeden Fall. Oh. Er zieht raus. Vielleicht kann ich ja helfen. Nein, das kannst du nicht. Muss ich selber doch nicht. Oh ja. Äh. Nee, geht nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Wenn ich das fertig hab, gehen wir spazieren. Wir machen die Militär. Der erhöht die Stärke. denn den explosionsschutz aber auch nicht schlecht bei verkleidung die optimierten das war der linke hier können wir leider nicht viel mehr machen und militär und ein blutweiniger macht er reduziert die negative effekte von camps auf jeden fall habe eine rüstung wenn wir also eine brauchen müssen wir nur nach sektoren was mache ich mit hund ich gucke mal was mit hund dort mit haben wir gefunden das will ich mir nicht anhören da stoßen wir so automatisch irgendwann drauf spätestens wenn wir zur burg müssen den hund werde ich hier lasse ich glaube ich werde den glück mit hier lassen das steht nur im weg wir werden mal schauen das ist eine gute idee ist jetzt schon die burg zu machen naja wer wissen zu fuß dahin da laufen wir natürlich weil so weit kommen wir auch glaube ich gar nicht ran weil wir sind ja noch ganz schön weit weg da ist ein spätestens wenn wir von hängen mehr zu elli gehen würden zum beispiel spätestens dann müssten wir quer durch die stadt also das ist wir haben hier unten ja auch noch nichts weiter wir haben ja nur diese möglichkeit nur ist die burg zum jetzigen zeitpunkt denn schon sinnvoll oder bisher aber ganz viel hier oben gemacht salat drive in haben wir auch noch nicht und zwar nur durchgelaufen vielleicht gehen wir doch mal zur evanesi rüber aber die schicken wir uns nach olivia wir könnten auch olivia machen woher waren wir doch schon wo ist denn das medaillon wo ist das hoffentlich ist das jetzt nicht verarbeitet worden kronkorken haben wir noch schrott medaillon ne 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 da ist das vorkriegsgeld das heißt PRI WAR mich mal mit die große waffe das war hier wirklich gut brauchen könnten ich bin nicht wirklich brauchen könnten wie die kann die denn die müssen noch mal ausgemotzen da muss ja was zu machen sein das muss man mit der minuten fit man rumrennen 56 keine waffe dafür wir brauchen aber wo die zonen da wollte ich ja wohl genau das mache ich mal ganz schnell da was habe ich gesagt kriegt man auch ist das hier das ist nicht ja das ist hier 5 mm müsste hier auch sein aber uns fehlt noch der waffenfreak ach menno ich habe mich an den waffenfreak gedacht da war sogar ein abrissexperten was mache ich denn ja mensch hund geschlafen welche betten sind jetzt belegt das ist billig dass da nicht das auch nicht das auch nicht ich kann jetzt leben und ich gehe dieses jahr also bis denn ja ich muss natürlich noch mal schlafen gehen also bis denn bis denn bis denn Vielen Dank.